Heute kommt das letzte Herbstgedicht, dann gibt es eine kleine Pause und dann geht es mit Advent und Weihnachten weiter. Also, das Gedicht heißt Herbstbild und ist von Friedrich Hebbel. Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah. Ja, die Luft ist still, als atmete man kaum und dennoch fallen raschelnd fern und nah die schönsten Früchte ab von jedem Baum. Oh, stört sie nicht, die Feier der Natur, dies ist die Lese, die sie selber hält, denn heute löst sich von den Zweigen nur, was von dem milden Strahl der Sonne fällt. Vielen Dank.